Wer in die Berge von Panay möchte, hat einen langen und beschwerlichen Weg vor sich. Bis auf über 1000 Meter erhebt sich das Bergland. Straßen gibt es nicht, rauf geht es hier, nur zu Fuß. Der Wald ist bis auf wenige Flecken geschrumpft. Abgelöst von Reisterrassen, Feldern, grasbewachsenen Hängen, die immer wieder abgebrannt werden. Dieser letzte Wald ist Lebensraum von vielen wildlebenden Tieren, von Pflanzen. Wird das erstmal gestört oder gar vernichtet, dann ist doch der Lebensraum weg. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man diese Gegend schützt. Im Wald finden sich noch viele einheimische Arten. Was die beiden Umweltschützer besonders fasziniert, die Rafflesie, die größte Blume der Welt und sehr selten. Sie verströmt leichten Aasgeruch, das lockt Insekten an. Die sorgen für die Bestäubung. Diese Rafflesie ist nur hier heimisch. Wenn sie erstmal verschwunden ist, dann kann man sie nirgendwo anders mehr finden. Nicht auf anderen Inseln, nirgendwo in den Philippinen oder sonst wo auf der Welt. Also ist es wichtig, dieses Gebiet zu schützen. Besonders, weil die Artenvierfalt hier stark im Druck ausgesetzt ist und insgesamt sehr bedroht. Das Dorf Kadiyao, etwa zwei Stunden Fußmarsch entfernt. Die Bauern hier leben von der Landwirtschaft. Es ist ein einfaches Leben. Holzhütten zumeist. Man ist zufrieden mit dem, was man hat. Bis heute sind die Spuren des großen Taifuns Haiyan vom vergangenen Jahr zu sehen. Hier stand mal eine kleine Gästeanlage. Der Wirbelsturm hat nichts übrig gelassen. Häuser, die Kantine, ein kleiner Teich, alles weg. Und noch etwas zeigte sich. Die Folgen falscher Aufforstung, sagen die Naturschützer. Statt einheimische Arten wurden schnell wachsende, exotische Bäume benutzt, mit flachen Wurzeln. Einem Taifun halten die nicht stand. Wenn man den Wald wieder aufbauen will, dann sollte man einheimische Arten nehmen. Solche, die die Schutzfunktionen des Waldes unterstützen. Denn wenn man exotische Arten pflanzt und nach 20 Jahren kommt ein starker Taifun, dann werden diese Bäume das nicht aushalten. Sie werden entwurzelt und all die Bemühungen waren umsonst. Auch die Schule hat es getroffen. Eine Djemelina eben keine einheimische Art. Die Wucht von Haiyan hat sie aufs Dach stürzen lassen. Jetzt hat die Schule erstmal einen Klassenraum weniger. Überall im Land gab es Schäden wie diese. Wann Geld kommt fürs Reparieren, kann keiner sagen. Erstmal muss der Baum weg. Wiederaufforstung ist das große Thema im Dorf. Entscheidend dabei, die Menschen müssen verstehen, welche Rolle der Wald hat, welche Arten sie pflanzen müssen. Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, wurden sie geschult. Sie haben Pläne entwickelt, wie sie die Flächen in der Gemeinde nutzen. Wo es geht, werden die Hänge rund ums Dorf mit neuen Bäumen und Pflanzen gesichert. Immer wieder ziehen die Männer gemeinsam los, Pflanzen Setzlinge, die sie in ihren eigenen Baumschulen gezogen haben. Sie haben gelernt, dass es auf das Wurzelwerk ankommt. Nur das hält die Erde zusammen. Es ist ganz einfach. Wenn wir genügend Bäume pflanzen hier in der Gegend, dann ist dies ein Schutz für uns und unser Dorf. Das haben wir jetzt verstanden. Denn die Wurzeln halten den Hang und dann gibt es weniger Gefahr, dass es zu Erdrutschen kommt. Das Pflanzen der Bäume dient also uns allen. Aber wieder aufforsten allein bringt noch kein Einkommen. Die Familie Vicente hat sich auf Ingwer spezialisiert. Früher haben sie die Wurzeln einfach so auf dem Markt verkauft. Jetzt machen sie Ingwer-Tee daraus. Als eine Art Instant-Pulver lässt sich gleich ein viel höherer Preis erzielen. Der Tee verkauft sich wirklich gut. Ich gehe von Haus zu Haus und biete ihn an. Und wenn ich dann zurückkomme, dann fragen mich meine Töchter, hey Mutter, wie läuft es denn so? Und ich sage, ach, eigentlich läuft es ganz gut. Den Menschen Perspektiven aufzeigen, wie sie gut leben, ohne auch den letzten Rest Wald abzuholzen. Das ist das Ziel des Projekts auf Panay. Dann bleibt auch Platz für die Tiere. Eine Aufzuchtstation im Nachbarort Malampay. Hier wird ein junger Haubenadler wieder aufgepäppelt. Fischer fanden ihn unten am Meer, vielleicht vom Taifun hinausgetragen. Sein eigentlicher Lebensraum, der Wald in den Bergen. Heute geht es zurück. Nach zehn Minuten Fahrt, dann ist es soweit. Der junge Vogel darf wieder in die Freiheit. Alles wird genau dokumentiert. Schließlich gehört auch er zu den gefährdeten Arten auf der Insel. Dem Jungtier ist das alles egal. Es gewöhnt sich erst einmal an die neu gewonnene Freiheit. In den letzten verbliebenen Wäldern von Panay. vom Kaunen Untertitelung des ZDF, 2020